Na, Part 7, GameZoneTV, mein Name ist Schmo, und wir haben Gegner! Ne, Part 7, und ich geh weiter, ich weiß nicht, sollen wir runtergehen? Ne, wir sollen hier weitergehen auf dieser Ebene. Neugruppieren. Ich fette das einfach! Da war's! Und da, und hinter der Blume, und in der Blume drinnen, und ich weiß nicht. Oder unter der Tür, hat er sich extra flach gemacht, der kleine Schlingel. Boah! Bewegung! Rein mit euch! Geh rein! Machst du fertig! Woll! Da ist doch noch einer! Warum hat den nicht getötet? Da ist auch noch einer! Ganz schön schlampig hier, ne? Ich muss grad sagen, da ist da jetzt mal wirklich einer hinter dem Sofa. Woll, was ist das für ein Wind gerade draußen, Alter! Drei Werfer! Aner weniger! Wir verszielen! Niederschutz versetzen! Wir haben den Schmied mit den Sicherheitskameras! Hier, hackt das mal da! Ich glaub, der ist tot, oder? Jetzt auf jeden Fall! Oh, Sicherheitskameras! Boah, sie haben uns ganz weit überfacht! Nein! Okay, ich hab jetzt nur den Genji-Muni gemerkt. Willi! Tut das nicht! Ich hab mein Teil erfüllt! Ihr könnt das Geld zurückhaben! Wir müssen alle Beweise vernichten! Und du bist ein Beweis! Zerstört die ganze Ausrüstung! Nein, töte die nicht! Ich muss mich freuen! Sicher, dass wir wieder nach Hause kommen, Alvarez? Wenn Irina ihr Wort hält, ja! Alvarez ist auch hier! Er hat einen Namen erwähnt! Irina! Vielleicht kannst du mal... Irina Morales? Sie ist eine Hauptfigur! Logans Team verfolgt sie in Mexiko! Informiere Six! Coen hat Probleme! Wir rücken vor zur Hauptbühne! Wir müssen leise sein! Wir dürfen Coen nicht gefährden! Da würde ich ja mal sagen, ein Fall für den Schalldämpfer! Sie dürfen nichts merken! Wir schnappen sie, bevor sie uns sehen! Ja, das ist einfach wie du denkst! Wenn die nur einen Schuss abgeben, dann war's das für uns! Was? Ein Auffrückgang! Ja! Ach, hier, wieder A! Aufreihen! Aufstellung! Ich erinnere mich! Das wurde hier noch ganz schön nervig! Ach so, sind schon da! Öffnen und säubern! Roger! Drei fahr! Kürzlich! Das hat doch schon mal gut geklappt! Los! Du-du-du-du-du... Eh... ganz schön fette LAN haben sie gestartet, ne? Alter.... Man gut, die Rechner sind alle veraltet, aber egal... Hauptsache eine LAN... richtig fette LAN-Party, ey... nicht schlecht, Leute! nicht dass das los Rücken ab! Bleibt hier! Neu formieren! Ich glaube wir hätten einen Schuss abgegeben. Nein! Sie wissen, dass wir hier sind. Nein! Schalt den Farb setzen! Das ist sowieso alles egal! Geil! Ihr könnt da hinten mal eben hinlaufen. Und ich lag mal hier in Ruhe nach. Und trink eine... ...Flasche mit nem... Teufelbrille. Keine Ahnung drauf. Mit 12 FL. Warte mal, was das heißt? 12 Milliliter. Oh, Billard! Oh geil, Alter. Jetzt höre ich mal wieder auf Billard, ey. Habe ich echt mal wieder... Die Aufnahmen der Sicherheitskameras ist mit dem Plan abgeglichen. Cone wird hier festgehalten. Es gibt vier Zugänge in den Raum. Zwei hier auf der ersten Etage und zwei unten. Von der ersten Etage kann man Cone besser sehen. Mike, analysiere unsere Optionen. Wenn Sie uns bemerken, ist es vorbei. Präzision ist der Schlüssel. Schalldämpfer ein Muss. Wir sollten die Schalldämpfer aufsetzen. Du bist sehr gut dran. Und ich dachte, du hättest nichts gesehen. Öffnen und säubern. Du bist einfach. Nicht bewegen. Mike, ist es das, wonach wir suchen? Ich glaube ja. Geh mal hin da. Macht mal einer was. Im Allschritt. Bombe und so, ne? Schalldämpfer Absicht. So, können wir wieder abnehmen. Gefahr gewandt und gewandt. Oder gewandt und gefangen. Oder ich weiß nicht, was er da immer sagt. Oh, DJ älter. Oh Gott! Warum piepst sie? Mach sie von mir los, ihr Arschlöcher! Oh, du wirst sterben! Ich geh. Du wirst sterben. Das ist ganz jung. Ich geh schon rein. Oh mein Gott. Das ist ein schwächer Flasch. Wenn du da whiche im Alltag schütteln kannst du? Wo siehst du denn? Danke, warte. Ich bin ein drin. Ich bin ein drin. Oh, was zu tun. Ich bin ein drin. Und ja, ich bin ein drin. Ja, Fuckred 2 Werbung. Oh yeah, da müsste es irgendwo Fuckred 3 Werbung geben. Warten Sie einfach, bis die Kollegen Sie holen. Oh man, ey, jetzt lassen wir ihn alleine mit ner Ticken im Bomben ey. Ja, was? Zieh weiter! Jetzt ist meine Einschränkung! Alter! Beheilung! Nein für uns! Abbie! Lass uns! Wir haben uns! Beweilung! Feuer einschränkt! Feuer einschränkt! Feuer einschränkt! Noll, 3 waren irgendwie... hatten kein Bild und der vierte hat den... äh, BlueScreen. Granate! Granate! Boah, wo hab ich sie hingeschmissen? Alter! Auah... Hau wieder einer mit BlueScreen, warum hat einer noch einen BlueScreen hier? Eibergift! Ich ja komisch. Warum ist der so... Oh, oh! Aua! Duft wie... Wie kann er an hab ich überhaupt? Ich hab voll reichlich damit irgendwie. So, da war echt einer? Hätte ich jetzt schon mal nicht gedacht. Moin! Oh! Und der kommt von hinten! Yeah! Der Schlaue! Mit Kopf! Komm her! Ups, ich hab wieder auf meine Eingänge geballert. Oh, man. Kann ich mich hier mehr noch verfolgen? Wieso Terroristen töten? Ich dachte, ich hätte den da hinten schon lange. Los, keine Muni mehr. Krasse Sau. Oh, Muni! Was, was, was? Oh, helft mir! Was? Ja, sieht so aus. Ja, die Waffe will ich irgendwie aber gar nicht haben. Ich will... Ich nehme mal die hier. Oh ja, das gefällt mir mit einem Rotpunkt. Was soll denn hier? Was soll denn hier? Was soll denn hier? Was soll denn hier? Komm zu mir! In so'n, so'n Nahkampfgebiet hier. Schu, schu! Treppe hoch, Treppe runter. 10-3, Nordhalle! Ich will aber nie in die Südhalle. Oh! Leute. Hier sind wir eben hochgekommen. Okay. Hier geht auch rein. Ich gehe hier rein. Also los! Was soll denn das hier eigentlich nochmal sein? Einkaufszentrum, oder? Öffnen und säubern! Ja! Oh, ne, aber ganz schön schnell, meine Kumpels. Das riecht doch hier noch Schneider, oder? Meine Pistole. Nein! Dafür, dass man läuft, zielt er aber immer noch ganz schön genau. Aber ich glaube, er trifft kaum noch. Ja, er trifft echt schlecht. Ich hab's so drauf. Ich bin einer der Besten. Aber ich hab keine Muni mehr. Jetzt seid ihr an der Reihe. Mach die fertig. Moin! Koine da! Die können sich aber abseilen. Da unten sind bestimmt welche. Ja! Ja! Far Cry! Oh yeah! Was geht ab? Far Cry 2. Werbung. Diplomate. Ultimatum. Oder wie auch immer. Lasst uns runtergehen in die Hölle. Lass uns gehen und die waren doch eben noch nicht da. Lauf da runter. Lauf! 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 Geht das hier eigentlich gut? Voll! Lauf! Okay war wohl eher doch Lack eben. Aber war schon ganz geil. Y testa mich jetzt. Ich hab gar keinen gesehen. Alter, wo muss ich jetzt wieder anfangen? Oh, Leute. Alter, jetzt wird marschiert, ey. Jetzt wird marschiert, ey. Hole in one vor allem. Wir spielen kein Golf hier, Leute. Los, das kommt schon hin. Wenn wir da so einfach mal hinlaufen und den Rest mach ich von hier. Oh, hier, ihr könnt euch eigentlich auch hier abseilen. Dann lauf ich da hinten nämlich runter und hier könnt ich euch hier abseilen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir machen es einfach mal. Jo, war anscheinend nicht ganz verkehrt. Geht ihn! Also nicht wieder der Typ mit der Pumpe. Nicht wieder mit der Typ mit der Pumpe. Los, los, los! Alter, meine Hand juckt. Los. Ich juck meine Hand und meine Hand ist... Oh, nicht einer Maus. Ich lauf jetzt mal hier unten lang. Komm ich mir irgendwie sicherer vor. Ihr könnt da oben bis ganz da oben laufen. Lauft einfach nur. Lauft mit einer. Die führen in die Kantine, aber die ist sehr offen. Nehmt ihr die Treppen am Ende des Flures und geht dann durch die Toiletten auf der ersten Etage, erreicht ihr den Balkon darüber mit viel weniger Risiko. Okay, das war schon wieder Part... Ja, sieben ist auch diesmal zu Ende. Bis gleich und tschüss.